Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Montag, der 2. Oktober 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 215. Und wie ich schon am Freitag angekündigt habe, darf ich die ersten beiden Tage den Achim noch vertreten, solange er in London verweilt. Ich habe die folgenden Themen für euch mitgebracht. Einen smarten Lichtmast. Hurricane Maria, Pixel 2 Transparency Report, Desktop-Funktion, Paint.net, Photo App, Regained, Keynote und ein goldenes Siegel. Beginnen wir mit etwas, was wir im Geek Talk, dem News-Format, dem Mutter-Podcast schon mal hatten. Irgendwie war mir da im Kopf, dass etwas Ähnliches in Berlin schon ausprobiert wurde. Jetzt ist es auf jeden Fall soweit. Die SBB hat am Bahnhof Wädenswil die erste intelligente Laterne verbaut. Intelligent in dem Sinn, weil ihr da euren elektrisches Auto aufladen könnt, also Strom anstöpseln und zusätzlich könnt ihr da auch ein Public-Wi-Fi-Netzwerk nutzen. Ich bin schon mal gespannt, wer sich um den Mast in nächster Zeit so alles rumschart. Jugendliche, andere Menschen, keine Ahnung, wer das sein wird. Auf jeden Fall sicherlich keine doofe Idee. Könnte man flächendeckend und schweizweit ausrollen. Dann gehen wir weiter zu einem Thema, was sehr unschön ist. Hurricanes wüten ja aktuell seit Wochen über den amerikanischen Kontinent. Mittlerweile ist es auch in Puerto Rico soweit. Und weil da in allen möglichen mangelt, Wasser, Nahrung etc. Unter anderem in der heutigen Zeit natürlich auch rar ist die Sache mit diesem Strom. Damit das ein bisschen besser wird, hat Tesla einige ihrer Powerwalls runtergeschickt, die mit Solarenergie betankt werden und somit da dann die Bevölkerung mit Strom versorgen. Nein, sicherlich keine doofe Idee. Wieder mal was, was Tesla sicherlich nicht schlecht gemacht hat. Auch wenn es natürlich ein bisschen Marketing ist. Gehen wir über zum 4. Oktober. In drei Tagen ist es ja soweit. Google stellt neue Geräte vor. Da werden wir sicherlich auch aus dem Smart, also aus dem Assistenten-Sicht sehen. Was aber auch ganz klar ist, wir werden neue Pixel sehen. Pixel 2 und Pixel 2 XL. Die ganzen Daten sind ja überall schon durch die Leaks durchgeschlüpft. Was man jetzt aber auch mitbekommen hat, ist, dass diese Teile ziemlich rückständig sein könnten. Denn anscheinend sollen die, immer noch den Hinweis auf Gerücht, sehr breite Ränder haben. Nachdem das iPhone da jetzt auch aufgeholt hat, wäre es natürlich auch aus Google-Sicht sicherlich keine doofe Geschichte. Was man auch angekreidet hat, dass die Geräte sehr teuer sein werden, das waren ja die Pixel immer schon, war, ja, in meinen Augen, da nacktes Google-Update. Ja, halt gekommen, sicherlich keine doofe Geschichte und auch den Aufpreis wert. Google bietet immer wieder, wie andere Hersteller auch, den sogenannten Transparency-Report. Da geben sie aus, welche Behörden wie und wie viel vor allem angefragt haben für Daten eindrückliche Zahlen. Wieder mal sind diejenigen gestiegen, also irgendwelche Ämter und irgendwelche Behörden möchten immer mehr Daten aus diesem Internet von eben in diesem Fall jetzt Google haben. Wenn ihr euch da genauer einlesen möchtet, auf dem Google-Watch-Blog gibt es Neuigkeiten dazu. Link dazu bei uns auf daily.geektalk.ch Dann gehen wir über zum nächsten Thema. Ein bisschen in Richtung Windows? Nee, doch nicht. Doch, also es ist ein, zumindest wenn es nach Windows United geht, Angriff auf das Continuum-Feature von Microsoft, was ja mal fulminant begonnen hat und dann leider nicht wirklich weiter gepflegt wurde. Nachdem Samsung in diesem Jahr auch schon ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht hat, sprich mit dem Galaxy S8, konnte man mit dem DeX, DeX hieß das glaube ich damals, das ganze anstöpseln an den Monitor und hatte dann ein Android auf dem Desktop. Da will Huawei anscheinend mit seinem Mate 10, das ist das große Teil, also das Phablet aus dem Hause Huawei, was am 16. Oktober vorgestellt wird, auch einen Angriff starten und eben auch so eine Desktop-Funktion bieten. Na, ich bin ja mal gespannt. Eventuell wird es soweit sein, sprich werde ich dabei sein. Ansonsten werde ich mir das Gerät sicherlich im Nachhinein anschauen. Ich bin definitiv gespannt. Und auch die Leaks vom Herrn Evenblast, der ja ganz fleissig liegt und da auch meistens richtig liegt, schauen nicht schlecht aus. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Fingerscanner wieder nach hinten rutscht und dafür Display ein bisschen mehr Platz bietet. Wir dürfen gespannt sein. Paint.net, ein Windows-Programm, was bei vielen Windows-Nutzern einen sehr hohen Beliebtheitsgrad hat, war bis anhin immer in der 32-Bit-Version verfügbar, gibt es jetzt endlich auch im App-Store, also im Windows-App-Store logischerweise zum Runterladen. Somit kann man es oder könnte man es auch mit dem Windows-CNS laden und eben natürlich auch auf dem normalen Windows-Updates und so weiter kommt dann alles automatisch über den Store. Ich werde mir das auf meine Windows-Schüssel auf jeden Fall mal runterladen und wieder mal ein bisschen rumpainten auf dem Ganzen. Dann gab es nochmals ein Update im Bereich Windows und zwar bei der Foto-App von Windows. Die wurde deutlich aufgebohrt. Dinge, die Microsoft schon ein bisschen länger versprochen hatte, sind jetzt mit drin, unter anderem auch eine intelligentere Suche. Das, was man von Google oder bei Apple-Fotos auch kennt, wenn man zum Beispiel eingibt, ich möchte Menschen, Fotos mit Menschen, mit Stränden, mit Tieren etc. Da soll das Ganze deutlich intelligenter geworden sein. Auch das werde ich natürlich mal installieren und bin gespannt, wie dann meine Fotos ausschauen werden oder wie ich sie finden werde. Wenn wir schon gerade bei Fotos sind, Apple kauft ja immer wieder mal ein bisschen ein. Jetzt haben sie wieder zugegriffen und zwar ein Start-Up aus dem französischen Lande. AI Start-Up Regained. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die haben sich vor allem auf die künstliche Intelligenz-Fotos zu katalogisieren etc. fokussiert. Etwas, was wir jetzt gerade eben vorhatten bei der Windows-Foto-App, wird der Apple-Foto-App einigem mehr Intelligenz zu verhelfen, wenn es das nicht schon hat. Denn aufgekauft wurde es schon zu Beginn des Jahres. Somit könnte es eigentlich sein, dass wir da schon in den aktuellen Softwaren was drin haben. Aber ja, ihr mögt euch erinnern, Steve Jobs hat ja immer Keynote hochgelobt und das tut sicherlich auch sein Nachfolger. Und das tun nicht nur die beiden, sondern auch diejenigen, die es sonst nutzen. Das Ganze ist eine kostenlose Alternative zu dem Pendant von Microsoft PowerPoint. Und damit kann man richtig gute Keynotes machen, wenn man dann weiß, wie man das tut. Wenn ihr dazu eine Anleitung haben möchtet, wir haben euch eine verlinkt. Die gefällt mir. Da werde ich mal sicherlich auch den ein oder anderen Tipp rauspicken und für meine nächste Präsentation nutzen. Dann hat Apple ein Zertifikat bekommen, ein Siegel bekommen. Genauer genommen ein goldenes Siegel. Denn bei den letzten Apple Devices, wir hatten es auch im Mutterpodcast schon, hat Apple doch den ein oder anderen guten Wert bekommen von iFixit und Co., weil die Geräte doch deutlich wartungsfreundlicher sind. Neu gab es jetzt für das iPhone X, das mit dem X am Schluss, ein Epeat-Siegel. Das Ganze ist eben, wie gesagt, ein goldenes Siegel. Heisst, über die Laufdauer vom iPhone wird es relativ wenig Umweltbelastung haben oder eben im Verhältnis zu anderen Geräten vor allem deutlich weniger Belastung aufweisen. Wie das genau umgesetzt ist und so weiter, könnt ihr nachlesen bei uns auf daily.geektalk.ch nochmals erwähnt. Da findet ihr alle Links zu den heute erwähnten Newsberichten. In diesem Sinne, das waren die ganzen Themen, die ich heute zusammengebrutzelt habe. Morgen werde ich nochmals kommen und dann ist wieder der Achim an der Reihe. Somit startet heute gut in diesem Montag. Neue Woche, neues Glück, neue Möglichkeiten. Tun Sie auf, packt sie und ja, wir hören uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geektalk.